Aber wenn wir das alles bündeln, wenn wir all diese Initiativen und Institutionen bündeln und auch mit dem Schulsystem bündeln, weil das läuft ja alles noch nebenbei, das kommt ja noch dazu, dann können wir aus diesen vielen kleinen Lichtlein einen starken Laserstrahl machen. Und das ist dringender denn je. Ich starte dann mit einer persönlichen Geschichte, weil die Beispiel für vieles ist. 2006 kam unser Sohn zu mir und sagte, Mama, ich beende mein Jugendforschprojekt, weil die letzten Messergebnisse haben die Forschungsthese widerlegt und für neue Messungen ist es zu spät. Ich als Olympiadesiegerin in Physik füllte somit ihn mit und wusste, wie viel ihm das bedeutet hat. Er hatte monatelang in Bad Saugau, das einzige Schülerforschungszentrum in Baden-Württemberg damals, geforscht und ist dreieinhalb Stunden Bahn hingefahren mit Isomatte und Schlafsack übers Wochenende, hat dann zwischen den Experimenten geschlafen und jetzt war das alles futsch. Und ich stelle da die Frage, und was machst du stattdessen? Mit strahlenden Augen sagte er, ich programmiere ein Computerspiel mit meinem Freund. Als Informatikerin klopfte mein Herz, ich war total begeistert und widerte eine neue Chance und fragte, ist das nichts für Jugendforsch? Jetzt war das zufällig der letzte Tag kurz vor Anmelde. Es war nachmittags um vier, zwölf Uhr, Mitternachts war Anmeldeschluss. Die zwei haben es geschafft, ich habe sie unterstützt, dass sie ihre Projektidee anmelden. In den Weihnachtsferien haben sie sich eingesperrt, haben programmiert das Spiel, der eine die Oberfläche, die andere die Spielalgorithmen sind zum Wettbewerb gegangen. Und was kam dabei raus? Sie wurden Regionalsieger. Das wiederum war Auslöser, dass sie in der Schule eine AG angeboten hatten, C++. 50 Interessenten von 100 Schülern, die Lehrer und Eltern meinten, das interessiert die Kinder nicht, war nicht so. Und dann erst durfte die Schule überhaupt das Wahlfach anbieten, weil es sind halt Regeln bei uns im Land, die eingehalten werden müssen. Man sieht, man hat es nicht und man darf es dann auch nicht. Und das ist ein Beispiel, jeder von uns kann was tun. Und manchmal aus einer kleinen Idee entzündet sich ein großes Werk. Und da ist auch heute noch in dieser Schule, dass die Schüler wirklich die Großen mit den Kleinen was machen und lernen. Wo stehen wir heute? Wir sind im digitalen Krabbelmodus. Ja, das heißt, mein Appell an alle, deshalb gehe ich auch auf die Bühne, wir müssen hier was tun. In meinem Buch zur digitalen Bildung ist alles drin, was mein Herz bewegt. Ich hoffe, es kommt bis zum Sommer heraus. Und bei meiner Recherche habe ich sehr oft mit Eltern und Kollegen aus Unternehmen gesprochen und die sagen immer, Ja, Bildungssystem ist nicht in Ordnung, Fachkräftemangel haben wir, aber wir können nichts tun. Und da sage ich, nein, das stimmt nicht. Jeder, wenn er will, kann er etwas tun. Man muss es nur anpacken. Ich habe bei Bosch seit 30 Jahren viele Lehrinitiativen auf den Weg gebracht. Und manche sind Bosch weltweit ausgeweitet. Und was mich aber erschrocken hat, ich war im Februar in Indien, ja, bei unseren indischen Kollegen. Die nehmen unsere Impulse auf, überarbeiten sie, passen sie an und in Windeseile setzen die sie um. Bei uns dauert das ewig. Wir sind viel zu langsam, weil wir halt von Anfang nicht lernen, digital zu sein. Und deshalb mein Appell, wir müssen hier eine digitale Auffoljagd starten. Vor 16 Jahren haben wir über Tesla gelacht und ihm gar nicht zugetraut, dass er ein Auto hinkriegt. Heute hat er dreieinhalb Millionen Bewerber. Er saugt uns unsere Bewerber weg. Ja, und wir haben leider auch noch viele Politiker, die noch immer meinen, Digitalisierung ist eine vorübergehende Erscheinung. Ist es aber nicht. Ist es aber nicht. Und wenn wir nichts tun, sind wir einfach weg vom Fenster. Deshalb mein Appell an euch, lasst uns alles daran tun, dass wir es schaffen, Deutschland aus diesem digitalen Dondreschenschlaf wachzurütteln und einen Fachkräfteboom schaffen. Da können wir so viel tun. Es gibt Initiativen, es gibt die Wissensfabrik, es gibt SubnextGen, es gibt verschiedenste Initiativen und Institutionen, die vereinzelt agieren. Ich bin selbst auch Mitglied in diesem Arbeitskreis Bildung. Aber wenn wir das alles bündeln, wenn wir all diese Initiativen und Institutionen bündeln und auch mit dem Schulsystem bündeln, weil das läuft ja alles noch nebenbei, das kommt ja noch dazu, dann können wir aus diesen vielen kleinen Lichtlein einen starken Laserstrahl machen. Und das ist dringender denn je. Es gibt viele Möglichkeiten, was ihr tun könnt. Ich kann euch auch Beispiele nennen aus dem Business. Wer ist aus dem Business hier? Wer ist aus der Schule? Wer ist Schule? Ja, vielleicht gebe ich jetzt ein Beispiel auch von Bosch. Ich habe vor 20 Jahren dort, nicht Oberstufenschülerunterricht, Unterstufenschüler, das habe ich in der Schule gemacht, sondern ich habe die Keyuser als interne Trainer etabliert. Vor 20 Jahren hatten wir im Unternehmen noch die Vorgabe, Referenten dürfen nur extern eingekauft werden. Also wir haben da schon in der Vergangenheit ganz andere Vorstellungen gehabt und wir haben aber auch eine wunderbare Entwicklung hingekriegt. Und bei uns ist es heute gang und gäbe, dass jeder, der Experte ist, seine Bühne bekommt, um sein Wissen zu teilen. Ich biete so Moments of Learning an. Jeder kann sich melden. Und es passiert unheimlich viel, weil derjenige, der lehrt, der lernt am meisten. Und das ist auch ein Appell an die Unternehmen. Lernen muss neu gedacht werden. Diese alte Vorgehensweise, machen Curricula, schnageln das fest in irgendein Buch und dann schickt die Leute zwei, drei Tage auf Training. Das ist nicht mehr zeitgemäß, sondern kleine Häppchen, halbe Stunde, Stunde, Stunde. Das kann man sowohl in der Schule als auch in den Betrieben machen. Und es gibt ganz viel Wissen in den Unternehmen. Wir müssen da nicht immer Wissen einkaufen, damit das eben verbreitet wird. Auch in der Schule, ja, kann ich noch ein Beispiel nennen, wie ich zum Beispiel in der Schule die Idee verbreitet habe, dass die Kinder zu den Wettbewerben gegangen sind. Ich habe einfach die Aufgaben aus dem Internet unserem Sohn auf den Tisch gelegt. Er hat dann teilgenommen, hat einen Preis bekommen und dann habe ich einen kleinen Bericht geschrieben und dann den Presselehrer von der Schule geschickt. Das hatte die Konsequenz, die ganze Stadt hat das erfahren. Und dann kamen die Eltern, ja, ich will auch, ich will auch, ich will auch. Und heute hat diese Schule eine Wand, so wie ihr da hinten seht, voll mit Zeitungsartikeln, wo die Kinder ganz tolle außerschulische Sachen machen, integriert jetzt in dem Schulleben. Und das sage ich, jeder kann irgendwo anpacken und wenn wir hier da wirklich dranbleiben, dann kann da was Großartiges werden.